Schönen guten Tag! Wir haben jetzt eine Auktion, wir posten es jetzt auch bei Facebook und auch über WhatsApp, wir verschicken es auch an unsere Kunden. Es geht um diese Hydrogenflasche, die das Wasser mit freiem Wasserstoff versetzt. Ich drücke den Knopf und es läuft und ich mache extra dieses Video, damit Sie noch mal wissen, wir haben nur eine begrenzte Stückzahl und diese Flasche hier, diese Hydrosmart Flasche, also diese Hydrogenflasche, die, also in der Beschreibung werden Sie sehen, was das ist, werde ich jetzt nicht ausführlich erklären und diese Flasche können Sie als Geschenk bekommen, noch mal, ich wiederhole, als Geschenk, wenn Sie uns eine Empfehlung geben, dann Ihren Bekannten, Verwandten, die einfach auch Interesse haben für unsere Wasserquellen. Wir würden die kontaktieren und wenn Sie sich, wenn die sich bei uns entscheiden werden, dann bekommen Sie dieses Geschenk. Wir haben nicht mehr viel auf Lager. Ganz einfach, Sie geben uns den Kontakt und den Rest machen wir. Und übrigens, der Kunde kann die auch Geschenk bekommen. Dafür werden wir gleich ein neues Video machen, was wir auch in die Kommentare bzw. in der Beschreibung reinsetzen werden. Danke. Teilen Sie das Video, denn es gibt mit Sicherheit Menschen, die diese Flasche als Geschenk bekommen wollen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.